3.30 Uhr Nacht 2 Die Uhrzeit stoppt 3.00 Uhr 3.00 Uhr 3.00 Uhr Es ist ganz schön früh Kurz vor 5.00 Uhr Hör mal Das ist hier Jetzt könnte man natürlich mal probieren Ob wir jetzt Die Bulbs mitnehmen könnten Ja Nee Noch nicht Aber dann nehmen wir erstmal die Cam Bringt nochmal die Cam So Okay Jemand hat freundlicherweise Da vorne die Türen wieder zugemacht Das ist ganz lieb Beide Türen Ja Wie es sich gehört Ordnung Und Disziplin Ja Hallo Danke schön Was ist denn hier los? Ja schon wieder Ah Was war das? Kannst du die Gab es da hinten ein Radio? Ist das vorhin richtig gesehen in der Ecke? Oder? Das heißt nicht dass du das Radio ausmachen sollst Ah Ah Ich wollte nur darauf hinweisen dass da ein Radio ist Ne? Nicht dass du Radio ausmachen sollst oder so Das ist wie mit Fernseher bei dir Ok Ok Jetzt Was war da? Was ist da? Da ist Jemand Aha Ok Ich nehme das Ich höre Hallöchen Verdammt Ich umklaue gerade mein Mikrofon Deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen lauter zu hören Was ist denn? Was ist denn da los? Was ist denn? Teile deine Beute mit mir Ist der in den Lüftungsschacht weggeflogen? Oh man Aber das geile ist eigentlich Das ist überhaupt Lüftungsschächte hier Das halte ich mal für ein großes Gerücht Der Box war nicht hier bevor Oh Gott Er ist lockt Ich würde mich überhaupt nicht interessieren Ich wäre auch gar nicht mehr an diesem Ort Ganz ehrlich Ich würde schon längst sagen so Ja Danke Tschüss Was? Alter ihr wird doch schon wieder oben hächelt Kannst du äh Das ist Hallo Unanimim Es werden die Lichter in der Box Ok Jetzt brauchen wir die Lebensschöns Wollen wir die Lampen Die Schlampen Ja die sind aber nicht da Die sind da hinten Jaja Ich würde bloß mal kurz Blick ins ins Bad werfen Mach es nicht Einfach direkte Wege laufen Direcht Direkte Wege Nicht hier Abkürzungen und so Kann ich jetzt hier Ne Wahrscheinlich kannst du nur die Lampen nehmen Die vorhin auch Da oben Die Genau Na bitte Das sieht doch gleich viel einladender aus hier Sehr gut Oh Gott Oh Gott Oh Gott Wer macht ihr Pipi? Ihr sollt bitte auf Toilette gehen Hier wird nicht in die Ecke gepingelt Ich Ich meine vielleicht Ja Was? Vielleicht müssen wir ja auch Richtung 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 Klo Das Radio ist wieder an Lass das Radio bitte an Mit dem Klo Meinst du? Das hört sich doch so an oder? Dass hier irgendwas tropft Da ist auch wieder Hasi links oder? War da nicht Hasi? Ne links Ja Das war sie ja Ne Ne Das ist Harlekin Harle Harlekin Ah So Mach da mal Aussie Na sag mal Da tröpfelst du von oben und Was ist das? Ähm Ja Nein Ich Geh mal schon mal die Cent zurück Oh Oh Yeah Hahaha 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 Das Ah Wie schön Wie schön Wie sch... Harlekin in real life, oder was? Ja Es ist ein Okay, okay. Oh man, ey, oh man. Ich muss kurz einen Schluck trinken. Super. Müssen wir eigentlich mal hier so ein Glas mit Balriantropfen an Start bringen, damit ich... Ey, das ist ja fürchterlich. Sag mal, Benni, du hast gesagt, das ist ja nicht so schlimm. Komm, das ist ganz... Du weißt doch, wie Emika Games ist, du kennst doch die anderen? Öh, ne? Oh, das war Hasi. Hasi! Der Hasi ist von A nach B gerannt. Und da ist jemand dritter, oder was? Wer? Wo? Oh Gott. Oh Gott. Alter, wenn der hier so... Oh! Ich sag mal, Keuch atmen. Ja? Also, wie gesagt, Emika hat's einfach drauf. Emika hat's einfach drauf. Okay, Hasi möchte nicht, dass wir ihn verfolgen. Ist da hinter was, hinter dem Schrank? Okay. Oh, da ist ja wirklich was. Eines Tages kam ein Mädchen mit einem nackten Stofftier ins Lager. Sie ging überall mit ihm hin und schlief sogar mit ihm. Die Jungs fingen an, sich darüber zu ärgern. Dass sie als kleines Mädchen mit ihrem Lieblingshasen kamen und machten sich über sie lustig. Sogar die Direktorin bat darum, den Hasen im Schrank zu verstecken, damit es keine Unstimmigkeiten unter den Mitschülern geben würde. Das Mädchen hörte auf sie und legte den Hasen in den Spind. Und in der kommenden Nacht erwachte der Hase zum Leben. Er war beleidigt von seiner Herrin und denen, die sie verspotteten. Er wirkte nachts alle. Ja, also, äh, ich wusste, wir hatten ja mal so spaßeshalber, äh, äh, mit Hasi. Äh, ähm, bisschen Spaß gehabt irgendwie in, in Locked Up. Dass Hasi aber doch so elementar wird für Emika. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, ich auch nicht. Das ist ein schön tollpatscher Hase irgendwie. Könnte mal ein bisschen leiser sein hier. Oh Gott. Was hat er denn jetzt hier umgeschmissen? Äh, pff, alles. Schränke. Okay. Ich hab nicht gerafft, was gerade war. Ich auch nicht. Außer der Effekt halt, der gekommen ist. Ist das? Nee. Das wird es ja nicht sein, ne? Das ist ja kein Hasi. Das ist ja nicht Hasi. Das ist ja nicht Hasi. Ein paar Tabletten hier, schön. Ja, das ist natürlich in so'n Camp für Kinder. Ja, ne? Weiß ich nicht. Wat? Wie? Oh. Wat? Mh. Mann, 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 Mann. Aha. Die Tür ist wieder zu. Nee, sag mal, ist mir ein bisschen unwohl. Hier. Hm. Vielleicht doch nochmal in dem, in dem, in dem anderen Raum hier links rein. Nee, in dem nicht, sondern gegenüber. Weil da haben wir jetzt ja gerade irgendwas nicht gesehen. Oh, da ist eine Schüssel. Guck mal. 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 Aber hier? Aus dem Jahr 1950. Ein lauter Skandal in einem Waisenhaus für Waisenkinder. Die Krankenschwester verhöhnten die Bewohner grausam. Einer der Angestellten erstattete Anzeige wegen Verstoßes gegen die Gehorsamspflicht. Es wird beschlossen, die Einrichtung zu schließen. Wir erinnern daran, dass das Heim 1944 eröffnet wurde und dass dort Kinder lebten, die während des Krieges ohne Eltern geblieben sind. Oh Mann. So. Ja, jetzt haben wir den Schlüssel für die Box. Den, äh, H, U, E. Passiert doch gar nicht. Ist doch, da wurde zwar eine Tür gerade geschlossen. Egal. Egal. So, bevor wir das jetzt anfassen, ist mir gerade eingefallen irgendwie, wie man unser Englisch betiteln könnte. Wir sprechen perfektes Lothar Matthäus Englisch. Jawoll. Hallo da Matthäus. Ah, liebe Diary. Heute ist der jährliche Eröffnungszeit meiner Camp. Ich habe das für drei Jahre vorbereitet, damit dieser Sommer mir speziell sein wird. Während dieser Tage werde ich reale P- Er kommt nicht zurück. Ich habe das für drei Jahre vorbereitet, damit dieseridgefotäne wird. Ich habe das für drei Jahre vorbereitet. Du bist das für zwei Jahre.